Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass dieser KIT-Kongress nun schon in den letzten Jahren zur Regel unserer großen IAAs geworden ist. Immer gut besucht, immer interessant und das verdanken wir natürlich vor allem auch hochkarätigen Referenten. Ich freue mich, dass wir einen solchen Zuspruch haben, dass mein Kollege Herr Kempf von der Bitkom inzwischen bei uns ist. Ich freue mich auch über die gute Zusammenarbeit mit Ihnen und Herr Dunker, die Inspiration durch Sie und Ihr Haus. Und eigentlich haben Sie einleitend schon ganz Wesentliches, was uns eint, gesagt. Uns als Automobilindustrie bei Herstellern, Zulieferern, kleinen, mittleren und großen ist völlig klar, dass die digitale Vernetzung neben der weiteren Steigerung der Effizienzpotenziale, Reduzierung der Emissionen die andere große Herausforderung ist. Und wir werden unsere weltweit führende Position als deutsche Automobilindustrie nur dann behaupten, wenn wir genauso pionierhaft auch in diesem Sektor unterwegs sind, wie wir in den klassischen Bereichen der Innovation der Automobilindustrie es immer in den letzten über 100 Jahren gewesen sind. Man könnte es auch in ein Bild des Fußballs packen. Wer in der Champions League führt, darf keine Sekunde schlafen, sonst ist der Titel weg. Und die Automobilindustrie ist heute weltweit die deutsche führend, als Benchmark angesehen bei Herstellern und Zulieferern. Und das sehen Sie auch hier bei der IAA Nutzfahrzeuge in Hannover. Dass wir auf der einen Seite mit der Messe immer globaler werden, 60% der Aussteller kommen aus allen Teilen der Welt, aus allen Kontinenten, aber auf der anderen Seite schon sehr vieles blickt auf die Leistung der deutschen Nutzfahrzeugindustrie und ihre Pionierrolle in dieser sich wandelnden Welt. Und dass wir solche Herausforderungen auch an Punkten, wo wir noch nachzuholen haben, annehmen. Sie haben von Elektromobilität gesprochen, Herr Dunker. Sehen Sie an diesem Thema. Vor sechs oder sieben Jahren, ich weiß es noch sehr genau, weil es war die Zeit, wo ich begonnen habe beim VDA, da waren wir in allen Indizes der Welt über Elektromobilität, als deutsche Automobilindustrie eher auf einem hinteren Platz. Der McKinsey Electric Vehicle Index sah uns auf Platz 5. Der jüngste McKinsey Electric Vehicle Index sieht uns auf den beiden ersten Plätzen, je nachdem, entweder auf Platz 1 oder auf Platz 2, mit den 17 Modellen, die die deutsche Automobilindustrie allein im Jahre 2014 in den verschiedenen Konfigurationen der Elektromobilität auf dem Markt hat. Und das hätte man sicher vor vier, fünf Jahren so nicht erwartet. Wenn sich ein großer Teil der innovativen Kraft der Automobilindustrie auf Themen richtet, dann ist die Fähigkeit auch da, mit neuen Herausforderungen, mit Partnern natürlich fertig zu werden. Und so sehen wir das auch bei dem Thema Connected Car, das Teil des Internets ist und zur Rollen-App-Plattform wird. Und wir wissen genau, Sie haben es gerade in diesem einen Prospekt gezeigt, dass das auch für künftige Käuferentscheidungen ein entscheidender Punkt geworden ist, aber eben auch für künftige Verkehrslösungen. Bis 2050 werden 70 Prozent aller Menschen auf der Erde in Städten leben. Und das Thema Vernetzung, auch Vernetzung der verschiedenen Verkehrsträger, wird zu einer Kernfrage künftigen Verkehrsflusses. Ersticken wir im Stau oder werden wir mit den riesigen Verkehrsthemen fertig? Das hängt eben auch entscheidend von der Vernetzung ab. Und wir wissen auch, dass die Mobilitätsanforderungen der Menschen in einer vernetzten Gesellschaft insgesamt flexibler und schneller zu bewältigen sind und dass auch die Leistungsfähigkeit einer begrenzten Infrastruktur durch Vernetzung erheblich zu erhöhen ist. Intelligente, auf Echtzeit basierende Verkehrssteuerung wird ein Muss im Kampf gegen die drohenden Staus auf den Straßen. Informationen zur Verkehrslage werden an die Verkehrszentralen übermittelt, die dann in den Verkehrsentwicklungen zuverlässig prognostizieren und die gewonnenen Informationen den Verkehrsteilnehmern zur Verfügung stellen. Ein Technologiebaustein ist auf diesem Wege die Vehicle to Infrastructure Communication. Sie wissen das, Sie beschäftigen sich damit, Sie wissen, dass die Autos mit der V2X-Communication fühlen, sehen, können sowieso, aber eben auch sprechen und hören. Und diese Vernetzung spielt ja inzwischen auch in einer ganzen Fülle von Pilotprojekten eine große Rolle und wird von uns zusammen mit der Politik, zusammen mit anderen Industriepartnern massiv vorangetrieben. Fahrzeuge und Infrastruktur werden über die Funktechnologie vernetzt. Es können Informationen zwischen Fahrzeugen untereinander, aber auch mit der Verkehrsinfrastruktur, zum Beispiel bei Wechselverkehrszeichen oder Lichtsignalanlagen ausgetauscht und in Verkehrsmanagementsysteme integriert werden. Neue Informationen können aufgenommen werden und verarbeitet werden, auf deren Grundlage weitere Sicherheits- und Komfortfunktionen das Autofahren komfortabler und noch sicherer machen. Deswegen unterstützen wir auch die Initiative der Bundesregierung, Frau Zypris wird ja nachher sprechen, diese Technologie auf deutschen Straßen einzuführen. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen, unter Führung des Verkehrsministeriums wird gegenwärtig eine erste straßenseitige kooperative Infrastruktur aufgebaut. In einem Korridor von Rotterdam über Frankfurt bis nach Wien werden alle Baustellen Warnanhänger mit entsprechenden Kommunikationsmodulen ausgestattet. Eine schrittweise Ausdehnung auf das gesamte Bundesgebiet ist vorgesehen. Nehmen das nur als einen unter den vielen Bausteinen, über die wir sicher auch heute reden. Und dann gibt es natürlich ein anderes Leitwort. Ich nehme an, wenn nachher die Vertreter der Automobilindustrie als erster Professor Hackenberg sprechen werden, wird das ein großes Thema sein. Die Strategie in verschiedenen evolutionären Schritten vom Teilautomatisierten über das Hochautomatisierte zum Vollautomatisierten fahren. Dass bei dieser IAA einer unserer großen Hersteller sein Light Truck, den Future Truck 2025 vorgestellt hat, als ein Modell des automatisierten Fahrens 2025 im Truck-Bereich zeigt, was Hersteller und Zulieferer, deutsche und internationale IT-Partner für eine Evolution sich vorgenommen haben. Und Sie wissen, viele teilautomatische Aspekte kommen heute schon in die Fahrzeuge. Denken Sie an die verschiedenen Fahrerassistenzsysteme, denken Sie an die Bremssysteme, denken Sie an den morgen zur Verfügung stehenden Abbiegeassistenten. Das weiterzuentwickeln auf hochautomatische Funktionen und dann eines Tages auf vollautomatische, ist eine klare Perspektive im PKW- wie im LKW-Bereich, wobei wir genau wissen, diese vollautomatischen Funktionen brauchen A, noch Zeit und sie werden zunächst eher in abgegrenzten Bereichen realisierbar sein. Also denken Sie an den Tagebergbau und dort, wo sie im allgemeinen Verkehrsfluss dann eines Tages genutzt werden, wird es immer noch einen Fahrer geben. Aber dieser Fahrer wird eben auch anderes machen, als sich jetzt gerade am Lenker durch einen wenig flüssigen Verkehr auf der Autobahn zu bewegen, sondern er wird sozusagen im elektronischen Band, in der Bildsprache gesagt, bleiben, für die Zeit, wo er nicht selber entscheidet, das Steuer wieder vollständig selbst zu übernehmen. Und klar ist, dass das natürlich auch die Automobilindustrie grundlegend verändert und zentral herausfordert. Da haben wir noch eine Fülle, ehrlich gesagt, ich bin gespannt, was Frau Zypris dazu sagen wird, von regulatorischen Rahmenbedingungen zu klären, Haftungsfragen zum Beispiel. Und die stellen sich auf allen drei Ebenen, auf der Ebene des nationalen Rechts, auf der Ebene der Europäischen Union, auch Standardisierungsfragen, Schnittstellenfragen und sogar auf der Ebene der UN, ECE, brauchen wir für automatische Funktionen, je weiter sie gehen, eben auch Rahmenbedingungen, die nicht in ein regulatorisches Nirwana oder in eine Risikozone führen. Und dann, das ist Ihnen hier allen sicher auch klar, wir werden nur vom Vertrauen der Mehrheit der Menschen und der Autonutzer auf dieser herausfordernden Strecke der digitalen Vernetzung und der Automatisierung positiv begleitet werden, wenn wir glaubhaft sagen können, dass Datensicherheit und Datenschutz gewährleistet sind. Das hat Professor Winterkorn kürzlich mal bei einer anderen Gelegenheit ja auch zu Recht für die gesamte Automobilindustrie gesagt, das ist für uns ein Kernanliegen, weil wir natürlich wissen, wie viele auf die Daten zugreifen wollen und nicht jeder, der zugreifen will, hat dabei nur Positives im Sinn. Also zusammengefasst, meine Damen und Herren, die deutsche Automobilindustriehersteller und Zulieferer glauben, dass sie in dieser Entwicklungsposition IT, digitale Vernetzung gut aufgestellt sind, aber sie brauchen natürlich die Partnerschaften mit anderen. Allianzen mit IT-Unternehmen, Energieversorgern, Dienstleistern, Kommunen, Investoren, der Politik und sicher, wir haben den Ehrgeiz, dabei im Driver Seat zu bleiben. Denn wenn das richtig ist, was ich vorhin gesagt habe und daran wird kaum jemand zweifeln, eine der ganz großen deutschen Leitindustrien, die international Benchmark ist, ist die Automobilindustrie. Wir werden darum von vielen beneidet und sie ist eigentlich auch nach 120 Jahren nur deswegen im Driver Seat geblieben, weil sie sich ständig erneuert hat und weil sie immer bei F&E mehr getan hat als andere. Aber sie wird in diesem Driver Seat natürlich nur bleiben, wenn sie diese Herausforderungen, die wir heute als Thema haben, genauso ernsthaft annimmt wie alle großen Herausforderungen der vergangenen Jahrzehnte. Und das ist sicher eine unserer größten, weil wir hier am meisten lernen müssen, lernen auch von Partnern. Und meine Damen und Herren, deswegen sind wir jetzt auch gar nicht verunsichert, Google Car oder Ähnliches. Aber wir wissen, dass andere ausgeschlafen sind, riesige Kapitalpositionen haben, um anzugreifen. Und deswegen darf ich einfach nur aus meiner Erfahrung in sieben Jahren im Verband der Automobilindustrie mit Herstellern, Zulieferern, großen, kleinen und mittleren eines sagen. Was mich immer beeindruckt hat, ist, dass die allermeisten unserer Unternehmen nach dem Grundsatz gehandelt haben, wir sparen an allem, aber nicht an der Blutzufahrt zum Kopf. Nicht an F&E. Wir haben in der tiefsten Krise der Automobilindustrie im Winter 2008, 2009 teilweise dagestanden, darf ich gerade hier sagen, bei einem IAA-Nutzfahrzeug, wo mir ein Nutzfahrzeughersteller nach dem anderen mitgeteilt hat, in den fortschreitenden Wochen nach dem Zusammenbruch von Lehman Brothers, dass gegenwärtig die Abbestellungen größer seien als die Neubestellungen. Und trotzdem ist in der Industrie von praktisch allen führenden Leuten die klare Entscheidung gefällt worden. Wir machen zwei Sachen nicht. Wir schicken die Stammbelegschaften nicht nach Hause, deswegen war die Kurzarbeiterregelung so wichtig, und wir kürzen nicht bei den wesentlichen Positionen von F&E. Das haben andere im weltweiten Wettbewerb anders gemacht. Und sie müssen es heute bereuen, denn wir haben in der Krise nochmal an Wettbewerbspositionen gegenüber den meisten weltweiten Anbietern gewonnen. Das gilt für die OEMs, aber das gilt auch für die Zulieferer. Und mich freut natürlich, dass wir nicht nur hunderte von Familienunternehmen haben im Bereich der mittelständischen Zulieferer, die in ihrem Teilsektor Weltmarktführer sind, sondern dass wir inzwischen auch durch die neuen Konfigurationen der letzten Tage und Wochen eine Situation haben, wo drei der fünf bedeutendsten Automobilziellüferer der Erde von deutschen Unternehmen geführt und geprägt werden. Natürlich immer mit einer globalen Aufstellung. Aber das bringt uns eine Ausgangsposition, bei der ich glaube, wenn wir ausgeschlafen bleiben, können wir auch die riesige Herausforderung bewältigen, von der Herr Dunkel gesprochen hat. Und deswegen freue ich mich, wenn jetzt Professor Hackenberg und dann die anderen Kollegen aus der Industrie sprechen und Sie dann sicher hören werden, was die einzelnen Unternehmen bei diesem großen Projekt vorhaben. Herzlichen Dank für Ihr Mittun und für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank.